Was ist Ultima? Ultima ist zurzeit wahrscheinlich eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Sie gewinnt schnell an Popularität und die Nachfrage nach Ultima nimmt jeden Tag zu. Was ist Ultima? In erster Linie handelt es sich um eine digitale Währung, die mithilfe der Blockchain-Technologie entwickelt wurde, um die Kryptowährung für alle zugänglich und bedienungsfreundlich zu machen. Die Ultima-Tokens können sofort an jeden Ort der Welt überwiesen werden. Ultima bedeutet Sicherheit und Systemschutz, Unabhängigkeit, volle Anonymität und freie Konvertierung in Fiat-Geld und in andere Kryptowährungen. Sie können sich vielleicht fragen, was ist denn an Ultima so besonders? Denn es gibt schließlich Zehntausende von Tokens auf dem Markt. Die Antwort liegt in unserer Strategie der Hyperdeflation, die für einen permanenten Preisanstieg des Tokens sorgt. Die Hyperdeflation ist ein Prozess, bei dem das Angebot eines Vermögenswerts auf dem Markt schnell reduziert wird. Im Laufe der Zeit führt dies zu einem Defizit, das den Preisanstieg fördert. Gerade auf dieser Regel ist unser gesamtes System aufgebaut. Heute ist Ultima eine Massenkryptowährung mit einer entwickelten Infrastruktur und einer großen Community in 120 Ländern. Stellen Sie sich nur vor, Ultima wird von fast drei Millionen Menschen in der ganzen Welt genutzt. Ultima geht sicher auf die Spitzenpositionen zu und strebt danach, in die Rangliste der bekanntesten Kryptowährungen auf dem Markt aufzusteigen. Der Ultima-Token erweist sich schon heute als einer der aussichtsreichsten Vermögenswerte in jedem Krypto-Portfolio. Und noch eins. Dank des Flaggschiff-Produktes des Ökosystems DeFiU hat jeder mit dem Ultima-Token und mit anderen Produkten des Ökosystems die Möglichkeit, Profit zu erzielen und ein passives Einkommen zu verdienen. Das ist ein schneller, automatisierter und vor allem günstiger Weg für jeden in unserer Community von fast drei Millionen Menschen aus der ganzen Welt, um zu Ultima zu kommen. Das ist ein schneller, automatisierter und vor allem günstiger Weg für jeden in unserer Welt. Bis zum nächsten Mal.